Ich verspreche euch, ihr werdet alle zu Ketchup mit meinem Hammer! Yippie! Versucht doch diesen Burger! Ich verspreche dir, er ist richtig lecker! Okay, oh Gott. Oh Gott. Wie würdet ihr unseren Kundendienst bewerten? Wie viele Punkte gebt ihr uns? Eins, ich finde den super, ich komme bestimmt wieder und empfehle das all meinen Freunden! Denn, glaubt ihr, ihr könnt mir hier so einfach entkommen? Äh, ich weiß es nicht. Wir haben 10 Sekunden Zeit, um vor Ronald wegzulaufen, aber da ist so eine köstliche Münze! Der war gerade hier! Oh mein Gott. Ich bin Ronald! Ladies and Gentlemen, erstmal Ahoy und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roblox. Warte, kann ich ihn? Kann ich ihn? Hab ich ihn? Ich hab ihn zu hauen! Haha, wie nice! Wir spielen Roblox und ich bin heute Ronald, der böse Clown! Oh mein Gott, voll krass! Was macht's? Was geht so ab hier? Ah, warte, sie ist... Ich muss sie umbringen! Komm schon! Sie ist so schnell! Okay, ganz einfach einmal hinterherlaufen! Ich krieg euch schon, meine Kleinen! Ihr kommt nicht weg von mir! Haha! Oh nein, ich kann nicht springen! Ich muss weglaufen, Leute! Wir sind Ronald, Tops und Floh sind übrigens mit dabei! Hab ich noch gar nicht erwähnt! Was geht? Hallo! Hallo! Ich bin topf! Ich dachte am Anfang, ich hab dich gesehen! Da war nur... Ja! Ich dachte, da war... Alter, du hast gedacht... Ah! Ah! Warte! Kann ich die Tür öffnen? Okay! Nein, nein! Nee, easy, 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 easy! Guck mal! Hallo! Nein, 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 easy! Wir sind doch Freunde, ne? Wir sind... Sind wir Freunde? Ich weiß es nicht! Ich hab das Gefühl, wir sind keine Freunde heute! Ich hab das Gefühl, ich muss hier die Freunde ein bisschen vermöbeln, die hier überall so rumlaufen! Hier ist so ein Typ, der rennt mir die ganze Zeit nach, Junge! Nein! Yes! Yes! Ich hab so ein gutes Verständnis gehabt, der Typ läuft! Komm schon! Nice! Oh mein Gott! Nur noch zwei Leute! Topf, nur noch du und ein Mädchen! Kulte Maria ist nicht da! Äh, zwei Mädchen! Äh, zwei Mädchen? Nein! Doch! Oder meinst du jetzt mich? Ne, du meinst Topf, oder? Äh! Topf ist doch kein Mädchen! Topf hat den Kühlschrank geöffnet! Topf, ich komm doch jetzt eh um dich zu holen! Nein, nein, nein! Keine großen Hoffnungen machen an deiner Stelle! Denn ich seh' gerade nur Kulte Maria und die ist jetzt auch gleich Katzenfutter! Yes! Tim, das! Topf ist fast draußen! Ja! Es geht raus, man kann rausgehen! Oh mein Gott, ich kann richtig schnell laufen so! Es geht nach draußen! Du brauchst die Pistole, Topf! Topf, du bist der Letzte, ne? Echt? Ja, du bist der Letzte! Ich krieg dich jetzt! Wo seid ihr? Wo bist du? Seid nicht, wo du bist, Topf! Komm schon, sag's mir! Flo, verrat's mir, komm! Ich schenke dir auch einen leckeren Burger! Wir verkaufen hier richtig gute Burger! Alter, Topf, rollt richtig! Echt? Hier, die Axt hinter dir, der kannst du ran! Was, das nackt? Alles klar, Leute, wir sind nämlich hier in so einem Schnellrestaurant und Topf muss diese ganzen Sachen kriegen, damit er ja ausbrechen kann. Er braucht also einen Hammer, Autoschlüssel, damit er wegkommt, den grünen Schlüssel, um das Schloss hier zu öffnen und einen Computer, um das Schloss da zu hacken. Aber das schaffst du niemals. Bist du dir sicher, Izzy? Ich bin mir sehr sicher. Ich bin in der Fahrnach... Topf, hinten, 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 da vorne! Warte, seht ihr mich irgendwo, oder was? Ne, nicht das, nicht das, so, ich bin die Karte. Was seid ihr denn? Ich finde ich... Mach auf und links im Dithynomit. Er ist in dem geheimen Raum. Er ist in dem geheimen Raum. Oh, jetzt kann ich wieder schneller laufen. Und zack. Oh mein Gott, oh mein Gott. Vielleicht hier lang? Ich hab die Autoschlüsse. Ich hab die Autoschlüsse. Vielleicht ist sie hier irgendwo. Und... Tür, 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 Tür. Gehst du denn auf? Was, Tür? Da kommst du rein. Warte, wo... Gibt's rein? Was für eine Tür? Wovon redet ihr hier? Geht rein, geht rein, geht rein, geht rein. Warte, ich muss gucken, wo Izzy ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Ist Izzy oben? Ist Izzy oben? Lauf, 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 lauf. Subirat. Subirat, Subirat, Subirat. Nein! Geh schon auf. Lauf weiter. Mach Tür, mach Tür zu. Oh mein Gott. Wo denn? Nein, du brauchst Autoschlüsse, Subirat. Oh mein Gott. Ich hab noch Autoschlüsse. Da bist du, okay. Ich krieg's nicht. Geh raus, geh raus. Nein, nein. Ja! Ja! Okay. Auf. Oh mein Gott, die Türen. Manchmal gehen die Türen. Okay. Jetzt vereilen. Wo muss ich denn lang? Mann, Leute. Ich kann sogar Fallen legen. Guck mal. Und jetzt. Jetzt bin ich schnell. Nein, nein, nein. Hauptein Gang. Schlaf. Das sind die Autoschlüsse. Und. Wo ist der Haupteingang? Nein, Top. Stop. Das kriegst du von mir. Und Batsch. Nein. Und ich komm schon. Ja. Da hab ich dich zerstört. Und Ronald hat die Runde gewonnen. Yes. Oh. Jetzt kommen wir ins Gefängnis. Oder was ist los? Die Polizei hält uns an. Dum, 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 dum. Alles klar. Hände hoch. Hände hoch. Du stehst unter Arrest. Oh mein Gott. Hast du mich vermisst? Du musst jetzt ganz ruhig bleiben. Ja, das ist recht. Du gehörst nämlich hinter Gittern, du Krimineller. Okay. Was? Leute, fett auf gegen die Wand. Er hat wahrscheinlich seine Führerschein verloren. Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich überall finde. Ich wundere mich, dass du überhaupt noch lebst. Oh, ich sehe wir. Leute, zweite Runde. Wir sind im Gefängnis. Flo und ich sind hier gerade in der Zelle gespawnt. Ich hab Gefängnissachen an. Ja, ich auch. Hey, voll cool. Was machen wir jetzt hier? Ausbrechen oder was? Ausbrechen. Okay, Ronald ist gespawnt. Okay, jetzt vorsichtig, Leute. Vorsichtig. Wir wissen nicht, wo Ronald ist. Ich hab hier einen Schlüssel. Ähm. Was hast du für einen Schlüssel? Einen blauen? Zufällig? Ja, einen weißen normalen. Einen weißen. Ich glaub, wir haben jetzt 10 Minuten Zeit, um auszubrechen. Hört ihr das? Meint ihr? Ja. Wo ist Ronald? Geht die Tür schon auf? Nee, ne? Auf dem blauen Schlüssel. Hier oben ist er. Man hört halt. Hier oben ist er. Ist er da oben? Da, wo wir gesponsornt sind. Ah, da oben ist er. Okay, ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Hier unten können wir, glaube ich, relativ safe laufen gerade. Wir sind hier wirklich in einem Gefängnis, Leute. Ich schau grad, wo ich mit einem weißen Schlüssel aufmachen kann. Okay. Du hast einen Schraubenschlüssel. Das ist nice. Ronald ist hier. Lauf, easy. Lauf, lauf, lauf. Ich seh ihn. Okay, er kommt. Aber er ist langsamer. Und er... Nein, laufen. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Ich hab Angst, Leute. Lauf weiter. Kann man hier irgendwo eine Tür... Warte, der da. Der kann sie doch ablenken. Schummel, Unge. Los. Lenk ihn ab. Nee, Schummel, Lunge. Schummel, Lunge. Lunge. Ach so, Lunge. Pass auf, da kommt sie zu uns. Wo ist er? Hast du aufgemacht? Ich hab einen Hammer. Okay. Hat jemand einen roten Schlüssel? Du bist hier schon, gell? Ich hab keinen roten Schlüssel. Hier ist was. Er ist nicht der Don't. Was ist das jetzt? Ach so, jetzt hab ich den weißen Schlüssel wieder. Ja, ich hab einen Hammer. Und du hast den Hammer. Ach so, du hast den weißen Schlüssel genommen, oder was? Ja. Hier, ja. Perfekt. Richtig gut gemacht, Flo. Richtig gut gemacht. Hier ist irgendwie so ein Durchgang. Da kann man durchlaufen. Nein, da ist Ronald. Lauft, Leute, lauft. Habt ihr alles? Tops und Tops. Ja, ich ne. Ich nehm noch einen Schlüssel. Ich nehm noch einen Schlüssel. Hier, hier können wir. Hier können wir. Hier, hier. Durchfliegen. Hier, schnell, 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 schnell. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich bin jetzt unten. Warte, warte. Easy, wo bist du? Ich bin unten. Ihr könnt oben lang gehen. Ich, ich lauf gerade hier rum. Hier, wir haben richtig viele. Wir haben blaue Schlüssel. Und rota. Oh, Ronald. Er geht nach oben. Ronald ist oben. Er kommt. Er kommt. Sieht ihr euch? Ja, Easy kommt, obwohl wir am Anfang waren. Da ist so ein riesiger Raum mit ultra vieler Waffen und so. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Können wir uns hier Waffen mitnehmen, um gegen Ronald zu kämpfen? Und ein gelber Schlüssel. Hier liegt ein blauer Schlüssel. Brauchen wir den? Ja, der hat gejobbt. Ah, den hast du gejobbt. Okay. Haben wir den weißen Schlüssel schon benutzt jetzt, oder brauchen wir den nochmal? Brauchen wir den grünen Schlüssel? Ich habe jetzt den gelben. Ich weiß nicht. Ich nehme jetzt... Hier unten ist halt so ein Schraubenschlüssel oder sowas. Ich habe den grünen Schlüssel. Ein grünen Schlüssel. Ja, ich finde nur die Schlösser immer nicht. Der Schraubenschlüssel kann hier aufmachen. Der Schraubenschlüssel. Ah, nee, aber da ist nichts drin. Wo ist Ronald? Ja, wo geht's denn? Nein, da ist jemand eingesperrt worden, Leute. Easy, easy. Wo bist du? Ich bin unten. Ich weiß nicht, wo Ronald ist. Aber ich würde gerne den einen befreien, der eingesperrt wurde. Seht ihr das da hinten? Da ist jemand in der Zelle. Hier ist der Schraubenschlüssel, Flo. Können wir das auch noch? Da war doch eben ein Zeichen mit Schraubenschlüssel, oder? Ja, ja, aber da sind nur Münzen drin. Doch irgendwo, wo der gelb oder grüne Schlüssel hinlässt. Oh, Ronald ist hier. Der gelbe oder der grüne, okay? Easy, wo bist du? Ja, ich bin oben, ich bin oben. Warte, hier ist noch so ein geheimer Raum, glaube ich. Hier war der gelbe. Easy hinter dir. Komm mit. Hinter mir? Oh, oh, das liegt hinter uns. Wir müssen jetzt schnell ran. Okay. Mach auf. Ja, das ist Freiheit. Grün kommt. Grün. Grün und Weiß brauchen wir. Oh, warte, es sind hinter uns, es sind hinter uns. Nein. Nein! Nein, geh weg von mir. Leute, Hilfe. Ich werde... Er kriegt mich. Und durch. Tops, nicht lang. Durch. Oh mein Gott, ich bin noch lehnen. Weiß, wo weiß war? Alter. Bleib irgendwie safe, egal wie. Ja, ja, ich versuch's. Ich versuch's. Wir haben noch sechs Minuten, um auszubrechen, dann war's das. Tops, weiß, wo weiß war? Nee. Tops, dein behalten, okay? Aber Izzy, dort oben ist der Ausgang. Oben ist der Ausgang. Ich weiß nicht, ich war da gerade Ronald. Hier ist er. Oh, hier ist er. Ist er bei euch? Auf, Flo. Gib Gas. Lauf. Ja, aber wo war denn der Weiße? 55. Keine Ahnung. Ich hab den Weißen. Okay, dann komm mit. Hoch, hoch, hoch. Ja, ja. Da wurde wieder jemand eingesperrt gerade. Okay. Tops, das Grün, komm hoch. Ja, ja, grün. Warte mal, ich glaube, ich bin da, wo eben grün war. Ja. Also hier jetzt und hier brauchen wir den Weißen oder was? Oh, ach, da. Okay. Okay. Wir brauchen Dynamit. Dynamit noch. Ich weiß nicht, wo das war. Ich weiß nicht, wo das war. Ich hab's noch nie gesehen. Ich hab auch noch kein Dynamit gesehen. Da kommt, da kommt, da kommt. Runter, runter. Runter. Nein. Oh mein Gott. Nein, ich bin im Gefängnis. Nein. Okay, wir müssen Tops retten. Wir müssen Tops retten. Oh, ich glaube, er gibt uns Dynamit für Geld. Also wenn wir nur Geld kriegen. Oh, hier ist er. Wir brauchen Geld. Warte, ist Tops da hinten? Wie mache ich das denn auf, wenn hier jemand eingesperrt ist? Wie war's? Du kannst dir für Roblox kaufen. Ich bin Roblox, du kannst dir kaufen, dass du raus kannst. Ah, dann mach das doch mal. Tops. Ich glaube, ich hab nicht mehr. Oh, ich glaube, ich weiß, wo es ist. Aber er ist hinter mir. Oh mein Gott. Flo, du musst es überleben. Warte, ich kann es, glaube ich, rausholen mit so Modultops. Echt? Ja, ja, ich glaube, ich kann hier irgendjemanden rausholen. Und ihr seid hier drin, ne? Ich lenke Roland gerade ab, aber ich kann nicht in den Raum rein, sonst tat er mich. Ich hab hier irgendwas. Recharge Taser. Ach, ich hab einen Taser? Damit kann ich, glaube ich, nee, sorry. Er ist unten, er ist unten. Er ist unten? Okay, sie kommen mit hier. Ich weiß, wo sie ist. Hier? Ich muss hier weiße Schlüssel holen erst. Brauchen wir den nicht? Warte, warte, ist hier Dynamit? Nee, hatten wir schon, ne? Ich hab das Geld. Ach, du hast das Geld. Perfekt. Okay. Verschwindet. Oh nein, Tops. Oh oh. Das ist so Titanic Musik 1. Nein, Ronald! Oh mein Gott. Lauf immer weg. Lauf immer weg. Kann ich nicht, kann ich nicht. Er hat Schnelligkeit genommen. Oh nein. Er ist direkt hinter mir. Wenn du irgendwie kannst, komm einfach hoch. Ich bin oben. Ich laufe im Kreis gerade. Wo muss ich hin, wenn ich oben bin? Dort, wo wir vorhin waren. Ja, ich bin da, ich bin da. Er ist aber direkt hinter uns. Ja, du hast die Taser-Pistole. Ja, ich sieh's nur nicht aufgeladen. Okay, ich hab sie noch nicht, komm mal. Ich hab's gekauft bei dem Händler. Ja. Ja! Ja! Yes! Wir sind draußen! Oh mein Gott, Flo, du bist ein Held. Tut mir leid, dass du tot bist, aber ist nichts zu ändern. Er ist tot, er ist eingesperrt. Ja, ist ja egal. Ja! Wir haben's geschafft! Wir sind für Ronald entkommen. Ja, nice! Leute, das war's mit uns heutigen Pfeile hier von Roblox. Das war's für dich, Ronald. Wir haben dich, äh, gebeatet. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da, schaut bei Flo und Tops vorbei. Und wir sehen uns morgen um 15 Uhr in einem neuen Video. Bis dahin, ich alle noch einen wundervollen Tag. Und hasta la pasta! Warte, was passiert hier? Ich hab aufgegeben. Ich glaube... Wurde er uns runter? Nein! Oh.